Ausgemobbt, wie der Finanzchef der Telekom Austria Mitarbeiter loswerden will. Höchst ungewöhnliches aus der Führungsetage der Telekom Austria kann man jetzt auf YouTube sehen. Dort erklärt der Finanzchef, wie er Mitarbeiter unter Druck setzen will. Die Gewerkschaft ist empört, das Management spricht von einem Missverständnis. 29. Jänner 2009. Gernot Schießler, der Finanzchef der Telekom Festnetzparte, erklärt Investoren, wie die Telekom unkündbare Beamte loswerden könnte. Schießlers Englisch ist holprig, seine Ansage in Sachen Personalabbau aber brisant. Es beginne damit, meint Schießler, die Mitarbeiter daheim sitzen zu lassen. In den ersten vier bis sechs Wochen könnten sich die Leute noch wohlfühlen. Im Februar werden wir sie dann für ein paar Tage zur Arbeit rufen. Wenn sie dann erklären, dass sie krank sind, dann würde ein Arzt kommen und wenn der feststellt, dass sie nicht krank sind, dann würden wir klagen, gehen wie sie mit der Beinschaft folgen. Nachsatz? Dann würden ein paar schon die golden Handshakes annehmen. Der Betriebsrat ist empört über Schießlers Auftritt, der als Internetvideo bei YouTube aufgetaucht ist. Wir sind entsetzt über diese Aussage und die Vertrauensbasis ist natürlich extrem gestört durch solche Aussagen. Es sei vereinbart gewesen, dass hunderte Beamte, die vorübergehend nach Hause geschickt worden waren, ungeschult werden sollen. Nun fühlt sich der Betriebsrat vor dem Kopf gestoßen. Schießler hat sich von seinen Aussagen bereits distanziert. Die teilstaatliche Telekom bestreitet, dass Beamte hinausgemobbt werden sollten. Im Gegenteil, man bietet ihnen sogar offene Stellen. Wir haben 600 Mitarbeiter, die zu Hause sitzen. Diese Mitarbeiter werden regelmäßig eingeladen, sich diese Jobs anzuschauen und können hier Arbeit bei uns haben. Unter Beschuss ist auch die Post. Nach einem Bericht des ORF-Magazins Thema müssen überzählige Beamte im sogenannten Karriere- und Entwicklungscenter ihre Zeit absitzen, wie Aufnahmen mit versteckter Kamera zeigen. Post und Telekom müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie beamtete Mitarbeiter mürbe machen wollen, damit diese von sich aus gehen. Tatsache ist, dass beide Unternehmen aus Kostengründen Beamte abbauen wollen, die sie im Normalfall aber nicht können. Unter dem Druck der Börse hat man in der Telekom-Spitze nun offenbar keine Scheu, in Sachen Personalabbau auch fragwürdige Methoden ins Spiel zu bringen. Berichtet Georg Hansmeier.